Guten Tag liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Video. Mein Name ist Carsten Gründen, ich bin Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht bei der Kanzlei Gulden Röttger Rechtsanwälte aus Mainz, der Kanzlei für Wort und Bild. Und unser heutiges Thema sind die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Weltfußballer Neymar beziehungsweise die Frage, durfte er den kompletten Chatverlauf auf Instagram publizieren? Die Antwort jetzt im Video. Der Weltfußballer Neymar teilt sich in Form einer Videobotschaft über Instagram der Weltöffentlichkeit mit und sagt, dass er Opfer geworden sei eines Vergewaltigungsvorwurfs. Er sagt, er habe mit einem Mädchen gechattet und wäre dort in eine Falle getappt und nun würde dieses Mädchen eben verbreiten, dass er sie habe vergewaltigen wollen. Das teilt er über Instagram mit in einer Videobotschaft und am Ende seiner kurzen Stellungnahme hierzu veröffentlicht er einen kompletten Chat mit diesem Mädchen, dieser Chat beinhaltet alle Nachrichten, wie er sagt, auch alle intimen Nachrichten und auch Bilder, die die beiden sich hin und her geschickt haben und da sind auch Nachtbilder mit dabei. Neymar sagt, er sei gezwungen zu dieser Maßnahme, da er sich zur Wehr setzen wolle. Man kann das vielleicht emotional nachvollziehen, aber man muss sich hier natürlich die Frage stellen, ist sowas zulässig, denn das Mädchen hat natürlich auch Rechte. Wir wissen ja auch gar nicht, ob das alles stimmt und deswegen gehen wir hier ganz sachlich ran. Durfte Neymar diesen kompletten Chatverlauf und auch die Bilder veröffentlichen, ja oder nein? Gesetz der Fall, das hätte in Deutschland gespielt. Das Ergebnis vorneweg, nein, das darf er nicht. Er darf hier keine Selbstjustiz betreiben, auch wenn er der Meinung ist, er sei hier ein Opfer, dann kann er eben zur Polizei gehen, zu den Ermittlungsbehörden, die sind für solche Fälle zuständig. Er muss nicht seine Unschuld beweisen, sondern die Schuld muss ihm nachgewiesen werden. So ist das dann eben im Strafrecht und da muss er auch keine Videobotschaften veröffentlichen, die nämlich in diesem Fall die Rechte dieses Mädchens verletzen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird hier verletzt, denn es werden intime Nachrichten veröffentlicht und verbreitet und da müsste dann schon die Einwilligung dieser Person, dieses Mädchens vorliegen und erst recht natürlich, wenn es um intime Bilder geht. Eine solche Einwilligung liegt mit Sicherheit nicht vor, sodass ein Verstoß vorliegen würde gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Mädchens. Das heißt, hieraus resultieren Unterlassungsansprüche und aufgrund dieser monumentalen Verbreitung, Neymar ist ein Weltstar, kommen natürlich auch Geldentschädigungsansprüche in Betracht, die das Mädchen geltend machen könnte. In diesem Zusammenhang vielleicht auch noch ein Hinweis an die Medien. Ich habe gesehen, dass einige Medien den kompletten Chatverlauf einfach ebenso verbreiten. Das ist ebenso unzulässig, denn die Verbreitung und Abfilmung des kompletten Verlaufs ist nicht notwendig für die Berichterstattung. Es würde reichen, darauf hinzuweisen, dass er das eben gemacht hat. Also auch da kann sich die Presse durchaus rechtsverletzend verhalten. Das Vorgehen von Neymar wäre in Deutschland mitunter sogar strafbar, denn unser Kunsturhebergesetz sieht vor, dass wenn Bildnisse von Personen verbreitet werden, ohne dass deren Einwilligung vorliegt, dann kann das auf Antrag strafbar sein, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Ja, deswegen, wer mal in eine solche Situation kommt, in einen Vergewaltigungsvorwurf, der ist nicht gut beraten, damit in die sozialen Medien zu gehen und seine Unschuld beweisen zu müssen. Also auch wenn man emotional da so drinsteckt, sollte man das besser sein lassen. Denn, wie gesagt, die Ermittlungsbehörden sind für solche Fälle zuständig. Polizei und Staatsanwaltschaft bitte an diese Institutionen wenden und die müssen auch dafür sorgen, dass keine Rechte Dritter verletzt werden. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Wenn Sie Rückfragen haben, können Sie gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Bis dahin, auf Wiedersehen.